Das Beste von Pearl TV. Und hier haben wir ein Produkt, das fliegt aus unserem Lager wie warme Semmeln. Es ist so beliebt, dass es wirklich etwas, was Ihnen hilft, was uns hilft, was jedem hilft, sich einfach zu entspannen, unser Akku-Hand-Massagegerät. Und Anne-Kathrin, du kannst uns erzählen, was es damit alles auf sich hat. Ich liebe dieses Gerät. Zum einen, wie du schon gesagt hast, es ist akkubetrieben. Das heißt, wir können es überall nutzen und vor allem, wann immer Sie wollen. Nämlich hier haben Sie ein Akku-Massagegerät, was für jeden Anspruch das Richtige ist. Schauen Sie mal, hier können Sie jetzt zwischen 20 verschiedenen Intensitätsstufen einstellen. Das heißt, von minimal bis Maximum, also auch wenn Sie eine ganz intensive Massage bevorzugen, ist hier genau das Richtige. Und vor allem für jede Körperpartie, denn Sie haben hier vorne einen Aufsatz. Sechs verschiedene Aufsätze bekommen Sie hier mit raus. Und das ist wirklich für den ganzen Körper toll. Wir haben hier zum Beispiel den kugelförmigen Aufsatz. Den sehen Sie hier gerade. Und zwar in zwei verschiedenen Größen für größere Massagepartien, wie zum Beispiel der Po, Oberschenkel. Dann haben wir zum Beispiel auch den konischen Aufsatz. Ja, zum Beispiel für Hände, wenn Sie Akkupressur möchten. Wir haben aber auch etwas flacheren Aufsätze, zum Beispiel nach dem Sportideal. Und wir haben den U-förmigen Aufsatz für den Schulternackenbereich. Das heißt, da ist für jeden das Richtige dabei. Und jeder kennt das Gefühl, wenn man verspannt ist, wenn einem die Füße wehtun, wenn die Durchblutung nicht richtig gefördert ist. Und da haben Sie jetzt hier diesen wunderbaren Aufsatz. Und man sieht richtig, das geht, sehen Sie hier diese Kreise, das geht wirklich bis in die tiefer liegenden Muskelgruppen. Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und das heute zu diesem sensationellen Preis. Das ist, wir haben, ich habe das auch manchmal beim Fahrradfahren, wenn man nach Hause kommt, dann sind alle Muskeln steinhart und verspannt. Da ist so eine Massage natürlich ideal. Und das ist super zu machen mit unserem Massagerät, weil das auch so super in der Hand liegt. Das stimmt, das liegt gut in der Hand. Also man kann da zum Beispiel auch, oder kommt durch die Bauweise auch sehr, sehr gut in den Schulternackenbereich. Und ja, Massagen haben viele, viele Vorteile. Wie gesagt, es kann die Durchblutung fördern, es kann anregend wirken, man kann die Faszien lockern. Und Massage hat acht Vorteile. Und die möchten wir ganz gerne mal zeigen, weil das ist interessant, dass eigentlich die acht wichtigsten sind hier für Sie aufgelistet. Und das zeigt uns natürlich, jeder sollte sich massieren. Das sind die acht wichtigsten Wirkungen der Massage von Bodyzone. Erstens Verbesserung des Schlafs und Behandlung von Schlafstörungen. Klar. Lösen von Verspannungen und Verhärtungen der Muskulatur. Schmerzlinderung bei chronischen Schmerzen. Das ist nicht zu unterschätzen. Steigerung der Durchblutung, Anregungen und Unterstützung der Wundheilung, Stärkung des Immunsystems, Abbau von Lymphflüssigkeit und Entschlackung und physischer Entspannung, Reduktion von Stress und Alltagszuständen. Das sind alles so Sachen, die erlebt man und kann dann eben wirklich mit so einer Massage, die hilft dann Wunder bei diesen acht Sachen. Man kann sich entspannen und das ist eben auch gut für die Gesundheit. Und eben gerade so, wenn man sich die Waden verspannt hat oder die Schultern, hast du das auch manchmal, dass man morgens aufmacht und der Nacken, man kann den Kopf nicht drehen. Ingo, es ist nicht die Frage, ob ich das habe, sondern wie oft ich das habe. Und zwar jeden Tag morgens der Griff, der typische Griff in den Schultern, Nackenbereich, wo man sagt, Ach Mensch, tut mir das weh. Und dann zeige ich Ihnen, was Sie machen. Sie nehmen jetzt den kugelförmigen Aufsatz herunter und nehmen stattdessen diesen U-förmigen Aufsatz. Das sieht aus wie eine Gabel und jetzt können Sie sich entweder selbst massieren. Ohpala, da wäre er gewesen. Jetzt schalte ich den nur noch ein, wähle mir hier die Wunschstufe ein. Jetzt kann ich mich hier entweder selbst massieren, also ganz einfach oder auch mal den Partner verwöhnen, dass man auch mal eine schöne Paarmassage machen kann. Guck mal, ist das toll. Das ist eben auch eine schöne Sache, sich massieren lassen damit. Massieren selber ist ja auch sehr anstrengend. Und das haben wir jetzt eben ein Massagegerät, was das für Sie macht und wirklich ganz entspannt mit der Stärke, die Sie wollen, an der Stelle, wo Sie wollen und solange Sie wollen. Das ist ein Akkumassagegerät, das auch sehr, sehr lange hält. Wie lange hält das denn? Ich glaube, 50 Minuten? Meinst du jetzt die Akkuleistung? Ja, genau. 5 Stunden. 5 Stunden sogar. 5 Stunden Akkuleistung, 6 verschiedene Aufsätze und 20 Intensitätsstufen. Und jetzt haben wir Ihnen ja schon viele, viele Aufsätze gezeigt, wo man sich massieren kann. Und ich möchte Ihnen noch was ganz Tolles zeigen. Und zwar ein Aufsatz, der ist Gold wert. Probieren Sie es mal zu Hause aus. Und zwar dieser chronische Aufsatz. Wir alle tragen häufig falsches Schuhwerk und sind wirklich belastet. Ja, die Füße tun weh. Und das ist eine wunderbare, wenn Sie Fußmassagen mögen, werden Sie das hier lieben. Und zwar, Sie nehmen einfach den chronischen Aufsatz und können jetzt hier die Füße massieren. Wollen wir mal die Schuhe ausziehen, Diana? Komm, Mensch, zieh sie doch mal aus. Weil das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Massage für die Füße. Und gerade wenn man so verspannt ist, ist das ideal und Gold wert. Sie sehen das ja schon. Diana kriegt die Schuhe schwer aus. Wissen Sie warum? Diana steht den ganzen Tag auf den Schuhen und die sind angeschwollen, die Füße. Wasseransammlungen, Schwellungen und das ist nicht gut für die Füße. Ihre Füße müssen Sie ihr ganzes Leben lang tragen. Deswegen müssen Sie Ihren Füßen auch mal was zurückgeben und das in Form von einer Massage. Man kann das ja in verschiedenen Stufen einstellen, dass es nicht kitzelt. Ich mach's mal intensiver, ja, dann kitzelt's nicht ganz so stark. Nein, gerade so der Spann da, ne, direkt unter dem großen Zeh, wo du jetzt machst von der Ferse bis zum großen Zeh, das ist, da geht so eine Sehne lang, die ist eigentlich immer verspannt. Und Diana muss wirklich den ganzen Tag stehen und assistiert uns sehr nett durch all unsere Sendungen. Und jetzt kann man sich eben massieren lassen. Eine Fußmassage mag absolut jeder. Ich kenne niemanden, der keine Fußmassage mag. Und hiermit ist das sehr, sehr einfach, komfortabel und praktisch mit unserem Massagegerät, mit den sechs Aufsätzen, fünf Stunden Laufzeit. Das können Sie im Urlaub mitnehmen und dann jeden Tag sich eine halbe Stunde massieren für zehn Tage. Es ist auch sehr laufleise. Also man hört den ja gar nicht. Nee, es ist eben das Schöne. Also man kann sich dabei auch wirklich sehr doll entspannen. Das ist ein schöner Aufsatz für die Füße, aber auch für die Hände, ne. So als Akkupressur können Sie es wunderbar nutzen. Also das ist was ganz, ganz Besonderes. Und nochmal, die Füße müssen uns unser ganzes Leben tragen. Und das ist ganz wichtig, dass man die auch mal eben massiert, ne. Und wenn jetzt eben man auch nicht zum Masseur kann, dann kann man sich hier den privaten Masseur nach Hause holen. Und das ist schon was ganz, ganz Besonderes, was Sie hier für kleines Geld nach Hause bekommen. Und es fühlt sich so angenehm. Und auch durch diesen praktischen Griff, hier kann man das schön halten, ne. Es ist kabellos. Und das jetzt für 71,24 Euro. Du, ich habe die schon mal gesehen. Wir haben die bei uns damals im Fitnessstudio angeboten. Da kamen die teilweise 250 Euro. Deswegen bin ich jetzt verwundert hier über diesen Preis. Seien Sie da schnell. Ja, man sieht es in Fitnessstudios bei Masseuren, bei Physiotherapeuten sieht man diese Geräte. Sie können sich so ein Gerät jetzt nach Hause holen. Wir haben es ab Lager lieferbar. Sie sparen 62 Prozent zur UVP. Und es macht so einen Spaß und ist so relaxend, sich einfach mal massieren zu lassen. Ich bin begeistert. Und für 71,24 Euro ist das wirklich unglaublich. Jetzt der TV-Sonderpreis normal auf Pearl.de kostet es 74,99 Euro. Das heißt, Sie sparen wahres Geld. Wie gesagt, bei uns bei Pearl.de ist es immer teurer. Es ist überall teurer. Hier bei uns den TV-Sonderpreis bekommen Sie sonst nirgends für diese tolle Massagepistole. Also wir lachen jetzt natürlich, weil es ist natürlich auch schön, wenn es jemand anders macht, dann kitzelt das so ein bisschen an den Füßen. Dann ist es gleich auch noch ein bisschen anregend. Aber das ist eben auch mal ein tolles Geschenk für jemanden, der immer verspannt ist. Es gibt ja jemanden, der immer schon chronische Nackenverspannungen hat. Dann kann man das auch mal schön selbst machen. Und das ist was ganz Besonderes. Kommt übrigens hier in diesem kleinen Köfferchen zu Ihnen nach Hause. Dann kann man das auch wunderbar verschenken mit all den Aufsätzen. Also alles, was Sie sehen hier, den großen Aufsatz, den kleinen Kugelaufsatz, die flacheren Aufsätze. Das ist heute für Sie alles schon mit dabei. Sie müssen nur noch anrufen und bestellen. Rufen Sie an in unserer gebührenfreien Telefonnummer 0800 51 51 und dreimal die 4. Das ist wirklich was, was immer sehr beliebt ist bei uns, was oft ausverkauft ist. Und jetzt haben wir es eben lieferbar für Sie. Seien Sie schnell, bevor die nächste Lieferung wieder ausverkauft ist. Unser Akku-Handmassagegerät mit sechs Aufsätzen mit der Bestellnummer NX41 64 569. Ich sage nochmal die Bestellnummer NX41 64 569. Denken Sie an die 569 am Ende, damit Sie den TV-Sonderpreis bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, zu so einem tollen Massagegerät. Weil das ist einfach alles, was man von einem Massagegerät erwarten kann. Es hat diese verschiedenen Druckstufen, es hat die verschiedenen Geschwindigkeiten. Das schaltet auch automatisch ab, wenn man zu doll drauf drückt. Richtig, das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Wenn Sie zu doll aufdrücken, dann schaltet sich das Gerät automatisch ab. Weil Sie müssen hier gar keine Kraft aufwenden. Durch die 20 Identitätsstufen macht das Gerät hier alles für Sie. Seien Sie schnell, zwei Stunden ist unser Preis gut. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit.